Herzlich willkommen im Guidance Desktop von JFD Brokers. Hier bekommen Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Fangen wir oben an. Das JFD Live Trading TV versorgt Sie täglich mit aktuellen Analysen anhand aktueller Ereignisse. Christian Kemmerer führt Sie zweimal täglich durch die Welt der Devisen. Sollten Sie eine Sendung verpasst haben, kein Problem. Alle Sendungen werden aufgezeichnet und unter JFD Brokers Videos abgelegt. Weitere Analysen und Markteinschätzung finden Sie im JFD Brokers Stream. Diese vier Streams versorgen Sie mit den wichtigsten Infos. Die Watchlist auf der linken Seite liefert Ihnen die wichtigsten Kurse zu Interbankpreisen. Sie können sich die Watchlist individuell einrichten und mit einem Klick Ihre Analyse vertiefen. Das Produktprofil zeigt Ihnen den Chart und alles Wichtige rund um das Instrument. Entdecken Sie die umfangreichen Charting-Funktionen, starten Sie gleich mit der ersten Analyse. Sollten Sie Fragen haben, stellen Sie diese direkt an unseren Kundensupport. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.